Letztes Mal bei Mysteries of the Sith. Gravity is a harsh mistress. Hauen wir uns den Schädelmächtig an. Das ist doch... Ist das das Gleiche? Aua. Das ist das Gleiche. Achja. Es hätte ja sein können, dass wir hier weiterkommen. Okay. Aus. War auf damit. Ruhe. So. Vielleicht müssen wir einfach diese Kamera zerstören, wisst ihr? Oh, Schluss damit. Äh... Waren wir hier schon? Achso, ja, hier. Okay. Dieser Alarm regt mich jetzt trotzdem auf. Oh, oh, oh. Okay. Vorsichtig. Nehmen wir uns das hier noch mit. Ah. Ruhe. Wo ging's hier nochmal hin? Achja, hier war verschlossen, hm? Habe ich nicht einen Schlüssel gefunden? Dachte ich mir das nicht? Okay. Okay. Das ist blöd. Hm, dann schauen wir nochmal zurück. Irgendwie muss es hier ja weitergehen. Das kann gar nicht sein, Freunde. Das ist hier nicht... Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Jesus. Hör auf damit. Dann müssen wir mal da runter zu diesem ominösen Schalter. Neh. Ach komm schon, seit wann springst du nur noch so... Schäbigkeit. Das ist ja nichts. So. Das war zu. Das konnten wir aber auch öffnen. Äh... Und zwar mit dem hier. So, jetzt ist es hier offen. Oh, das Gitter habe ich natürlich nicht gesehen. Das... Ja. Das Gitter habe ich nicht gesehen, Freunde. Da müsst ihr mir verzeihen. Oh, aber das nervt hier. Moment. Können wir das ausstellen in dem Kontrollraum da oben? Wo war der Schalter? Hier warst du. Ey, das könnte uns helfen, ne? Ja. Das bringt uns wieder Leben. Was wir dringend brauchen. Nein, das stellt nicht den Alarm aus. Das macht irgendwas anderes. Frag mich nicht was. Äh... Speichern wir erstmal wieder. Und dann... Schauen wir nochmal hier. Oh! Oh! Der geht aber schnell wieder runter. Aber jetzt wissen wir, dass da noch eine Schildweste liegt. Jesus. Ganz schön verwinkelt hier. Was, was, was? Du... Kleines Miststück. Töte es Keil! Hm. Die fricken dann immer rum, aber fricken viel zu lange. Okay. Ah! Was immer wir da auch jetzt gerade zerstört haben. Da ist noch eine Kamera oben. Ertönt da gerade irgendeinen Alarm. Äh... Nehmen wir uns noch die Schildweste mit. Nehmen wir uns noch die Schildweste mit. Weil ich glaube nicht mehr, dass wir hier zurückkommen. Äh... Und dann... Vielleicht... Wo war der Schalter? Hier. Ach, der geht nicht mehr. Okay. Vielleicht haben wir ja jetzt die Tür dauerhaft geöffnet. Schalter. 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 Hier. Oh Gott. Ja, wir haben irgendwas gemacht. Die sind nicht happy. Aua. Ah, ich hasse das. Und du wirst sie nicht mehr los, diese scheiß Ladungen. Man wird sie nicht mehr los. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach tarnen, hm? Nicht, dass da oben noch mehr Besuch auf uns wartet. Oh ja, das meinte ich. Oh, ist das nervig. Ich will eigentlich nur diesen Alarm abstellen. Was ist das denn? Oh mein Gott, was machen wir hier nur? Komm her! Warum treffe ich ihn nicht? Es ist einfach so... Oh, ein Schlüssel. Äh, Alarm! Würdest du bitte? Moment. Moment. Es nervt halt einfach nur. Schnell Keil! Ah, dankeschön. Jetzt haben wir nur noch dieses Warnsignal und nicht mehr die doppelte Beschallung. Äh... Oh Gott. Ist das wieder der Pixelflow of Hell? Schaut nicht gut aus. Nein! Okay. Jesus. Ähm, bei der Gelegenheit würde ich mal schauen, wie viel Verstecke wir schon haben. Ach, eins von eins! Das gibt's nur. Es gibt nur ein Versteck. Wirklich? Yep. Es gibt nur ein Versteck. Ja dann, umso besser. Minimal damage to target. I'm not doing enough damage. I need to increase power to the weapon. Okay, wir versuchen wahrscheinlich den zweiten Astroiden hier abzuschießen. Den hier wahrscheinlich. Und wir sind auf diesem grünen hier links. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Power, wie es in der Missionsbeschreibung stand. Hm. Ach, komm schon! Jeez! Upsi! New Target acquired. Man kann das hier umstellen. Das ist ja wies. New Target acquired. Ich hatte das auf dem Planeten hier. Das... Oh ja. New Target acquired. Hier unten denken sich... Keil, verdammte Scheiße! Was treibst du da oben? Wir schieben es einfach auf die Imperialen. Ups! Ich stelle sich nur vor, wir jagen die Basis hoch und dann... Ja, dann war's das. Verdammt nochmal! Wo müssen wir hin? Es gibt doch keinen anderen Weg. Moment! Moment! Äh... Können wir hier raus? Nee. Aber wir haben einen Schlüssel! Und dieser Schlüssel... Passt... Äh... Nein! Nein! Ist der Alarm schon wieder an? Das kommt mir fast zuvor. Ist schon wieder dieser Doppelsound. Jesus! Das ist natürlich verschlossen. Schalter... Schack! Äh... So... Wo war das? War das hier unten? Nein, das war nicht hier. Das war nicht hier! Wo war das? Ihr wisst was ich meine. Äh... Dieser... Dieser... Raum... Auf jeden Fall war er nicht hier, habe ich gemerkt. Ich bin leicht verwirrt. Wo war dieser Raum? Mit der Tür! Also war so ein Felsraum! Hm... Ich glaube wir müssen nochmal zurück. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder, Freunde. Jipp! Er war... Wir müssen hier durch. Hier durch. Da hinter... Und direktivieren wir erstmal wieder den Alarm. Warum da auch immer der wieder an ist. Ich habe keine Ahnung. Hör auf. Dann... Hier rein. Und dann war die Tür hier verschlossen. Tarnen! Oh ja! Hier sind unsere Freunde. So... Das ist weg. Sehr schön. More power! Das hier? Oh, nice. Okay, das war's. Ach komm! So eine Kugel? Wirklich? Aua! Die ist mal schön überarbeitet worden grafisch, muss ich sagen. Kalt trifft sie immer noch nicht. Ah! Hier! Unglaublich. Ich dachte, die hier sind auch schon Gegner, aber nein. Ist das nervig hier. Dann speichern wir nochmal. Dann feuer frei! Nein! Äh, war's das jetzt? BAM! Der wäre weg! Das braucht einen von ihnen. Jetzt, um die Selbst-Destruktion zu setzen und rauszukommen! Mhm. Schätze ich mal, Kyle. Uh, Kyle sah gerade sehr bad aus, irgendwie. Ich mach euch alle kaputze ungefähr. Ein zentem blösten Zähnen. Ein Versteck gefunden. Drei Sterne bekommen dafür. Nicht schlecht, würde ich sagen. Für einen Versteck. Gut, dass wir diesem fetten Druiden nachgerannt sind. Okay, Farce, heute würde ich noch ein bisschen was investieren. Oh, wir haben mir... Ich glaube, ich hab noch ein Bestellen vom letzten Mal. Haufen Sterne hier unten. Gut. Äh, noch einen. Oh, und wir können hier zwei auswählen. Sehr schön. Dann nämlich... Was haben wir denn noch? Blenden. Oh, und Kettenblitz. Hm. Das... Das wäre auch noch sehr verlockend. Ich weiß nicht, ob man da doch auf die dunkle Seite kommt. Und... Lustig, dass die alle in einem... In einer Reihe sind, wisst ihr? Das sind so Grundkräfte hier. Hier ist aber auch eine Dunkle drin. Das... Ähm... Der Griff hier. Ich hoffe noch, dass wir hier das Lichtschwellwerfen bekommen. Aber ich glaube... Das können wir uns abschminken. Äh... Ja, ich würde gerne mich selber heilen können. Das wäre doch schon mal was. Da investiere ich jetzt auch alles hinein. Und dann... Das ist unsichtbar. Das ist 10. Ja, das passt dabei. So, jetzt müssen wir anscheinend kommen. Und wir haben zwei Stecke zu... Äh... Zwei Verstecke zu fütten. Oder? Und... Ich habe auch gerade ausprobiert. Lustigerweise, was passiert, wenn du... Wenn man hier... Oh, das ist zerstört. Äh... Wenn man hier das Ziel wieder auf dem Planeten auf unsere Basis umstellt. Und dann auf Feuern drückt. Bei voller Energie. Äh... Das erste Mal sagt er wieder... Oh, verdammt nochmal. Ich muss mir aufpassen. Und das zweite Mal... Oh, nein. Was hab ich getan? Und so. Und ja... Mission gescheitert. Mission startet von Neuem. Haha. Mich hat es einfach interessiert, was passiert. Vielleicht hätte sich ja Kai auf der Duklen Seite angeschlossen oder so. Oder man wäre auf die Duklen Seite gewandert. Ich weiß es nicht. Oh, was sehe ich da? Nein! 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 Nicht schon wieder die. Noch einer. Wie viele sind denn da? Und so ein Kackdroide. Oh mein... Da ist er ja. Bitte fall einfach runter. Meine Fresse. Ich hasse diese Explosivwaffen. Oh... Ich hoffe wir müssen da oben nicht mehr irgendwo hin, aber... Wir können auch mal kurz hochschauen, weil ich hab irgendwie den Verdacht... Oha! Das war... Das war knapp. Ich dachte bloß, auf den Dächern, das ist... Ja! Tch! Was ist das denn? Super Shield! Super! Das kommt ein bisschen zu spät. Damit sind wir nämlich jetzt super geschützt, aber... Ja... Was bringt's uns? Äh... Speichern. Aua! Ja, und ich muss... Hab ich Heilung schon eingestellt? Jupp! Jetzt können wir uns auch schön heilen. Äh... Speichern. Ich hoffe, dass es hier weitergeht. Muss es ja, oder? Äh... Sind das nicht Gitter? Ich bin verwehrt. Hallo? Ach, hier geht's doch mal durch. So ein kack Droide ist hier. Bleib stehen! Weißt du was? Such! So... Nimm mir die Seeking Rail Charges. Äh... Das bringt uns wahrscheinlich nichts. Sorry, ich muss trotzdem kurz nochmal... Naja, ich denk mal da ist nichts mehr. Oder... Das zweite Versteck. Ich hoffe, ich finde es noch. Ich hoffe, Schild-Energie. Ist da was? Ne. Ich weiß es halt auch nicht. Sieht nicht so aus. Hm... Okay. Hallo, Kumpel. What? Ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Achja, wir haben ja auch unsere Fahrzeit. Und jetzt auf drei Punkten. Ja, die bringt uns hier nicht viel. Aber... Gut zu wissen. Äh... Was ist das? Bringt uns das was? Moment. Moment! Speichern. Ne, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Anklicken können wir es nicht. Wir können es nicht zerstören. Das ist höchstens eine Anzeige im allerbesten Fall. Okay. Hier noch irgendwas? Ach ne. Hallo? Uah. Na, Kumpel. Äh... Das sieht aus, als ob man es zerstören könnte. Das sieht aus wie ein Aufzugsschacht. Das ist wieder wie so eine Alarm... Irgendwie so ein Alarmschalter. Hier ist nichts mehr. Ich wollte aber nur kurz oben zu der Tür hinschauen, weil... Die im Boden, wisst ihr? Die sah interessant aus. Gut, dass wir hier wieder hochkommen. Die hier, genau. Die lässt sich nicht öffnen. So viel dazu. Äh... Ne, das ist keine Schildenergie. Ich dachte schon. Okay. Gott, ist das hier verwinkelt? Hm. Warning. Cooling Module Failure. Oh oh. 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020